So, zack. Wir wollen das ganze gern auf Deutsch. Besser zu fallen, du kannst das Spiel einfach dann bestätigen. Es bringt dir doch große Vorteile mit sich. Ehh, eines den haben wir hier so im Griff, dann wird das Spiel zusammen gesperrt. Das ist ein Schwerpunkt. Hmmmm, das war mir das nicht. Ja, Puli. Oh, Puli. Ehh, ich schätze noch mal hier. Ehh, ich schätze noch mal hier. Ehh, ich schätze noch mal hier. Was? Oh, so. Was? Was? Toll. Ich hab dir das echt dazu geschrieben. Wenn wir da aus Prinzipien drauf. Haha, was ist denn los? Wenn der offizielle Server PVP und hier jetzt sind und du mit Angriff an das Spiel rechnen musst. Ergreifer angemessen zu uns, er steht fast an den Weg, außerdem sich mit dem Link zusammen zu tun. Um dann schon, so wollen wir uns Respekt vor allem, wenn man mit Angriffen, keine... Ehh, ... 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 ich habe das ja extra Weil ich hab das von uns gerade gesehen. Sammle Fasern, Sammle Zweige. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok. Sind zwei. Ok. Da ist jemand. Oh. Hä? Kann sein das ja alles leer geludet ist. Ok. Das war Stein. Hier ist ein Meerstein. Wir gucken wie wir Fasern kriegen. Oh. Oh, die Schlange. Die Schmerzen. Aus Fasern. Kameln vom Gras. Oh. Oh, da läuft etwas. Was? Wasserknäufel. Hä? Uh. Geh weg. Hä? Oh. Befürchte fast, dass hier alles leer geludet ist. Oh. Was? Was? Wir schauen. Wirklich? Ein Huhn? Leer Wundt. Leer Wundt. Kucini. Kucini. Mal gucken, ob die vorbeikommt. Okay, aber wir brauchen dort zum Fasern. Ich vermute halt echt, dass hier alles leer gelotet ist. Äh, noch drei, aber warum 20? Okay, weg. Sind alle Wände fertig? Ich schreibe. Was ist das, Alter? Auf Fasern. Ja. Gut, so. Niemand da. Das Durchsuche? Das Wacker? Ja. Oh nein. Spielerbeute. Ja. Nehm ich. Nehm ich. Nehm ich. Auch. Nehm ich. Dankeschön. 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 Ich bin nett von dir. Ähm. Also, äh. Du musst dazu sagen. Hörst du mal ein Wackzuhl herstellen. Herstellen Seil herstellen. Okay. Hm. Von Seil. Und dazu kann man eine Steinachse herstellen. jetzt wo du einige sohn muss kannst du dir verarbeitet also ja fällt ein baum ok jetzt kommen wir wesentlich schneller zurück habe ich nur wie groß die welt ist so ich kann mir und da sie gehen von einem Baum haben wir ok sortieren Inventar, was rennt 10 Meter, ey was sind schwarze äh, stein Spitzhacke her sortieren Akku ich gebe mal den Tipps um den Inventar zu öffnen schwarze sortieren und max reduzieren hier Pour acott Wir müssen im Be trou to sortieren Ich gehe in die Natur und drücke die could in dercke verlinke hersteller spitzhacke spitzhacke mache ich aus sein und sei er sei müsste das hält so eine wand aus eine ganze menge das wird nicht die faser braucht aber was ist das hier wir faser nicht verfasern die stöcke die nur stöcke die stöcke das gefühl dass irgendwas böses und doch und ja je t'envoie de l'oreille excusez eigentlich will müsste man ein Arschloch sein da ist mis planlos und tak auf Fasern auf Fasern ah die haben wir denn jetzt 5 alle wohnen ok ein paar Eier hier die Fasern scheinen echt Mangelware passiert der ist eigentlich Ultralon den könnten wir eigentlich easy kill oh wir locken das zu dem dann wollen wir das nicht da lebt er lebt schon wieder Oh, oh scheiße, oh, 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 der fällt tot. Ja, das muss man auch mitnehmen. Ja, so viele Fasern haben wir noch nie. Aber wie lange rettet das Blöde 4 einem hinterher? Ja. Ne, Fasern hier, Fasern. Oh, komm. Sehr gut. Ähm, haben wir? So, Werkzeugkoffer. Und man sagt nur, beispielsweise dein Hausbund ist ein Werkzeugkoffer. Werkzeugkoffer dienen. Wir können auch als wichtigstes Bauwerkzeug benutzen. Okay. Ähm, Werkzeugkoffer, das ist der hier. Holstein Seil. Hä, boah, hier müssen wir schon wieder. Wieder Fasern sammeln. Okay. Okay. Hier gibt es aber wenigstens Fasern. Im Stadtgebiet gab es ja gar keine. Hier geht es ja super easy. So, das ist ein Pilz. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Bären oder sowas? Da. Hier ist ein Erz 25. So. Wir haben erstmal genug Fahrzeug von Seil. Ohne Werkzeugkoffer. Hier herstellen. Jetzt müssen wir noch wieder Radien abbauen. Irgendwie. Aber noch Stein. Und. Aufbauen? Nee. Ich guck mal hier mit dem Radio. Sehr gut. Und? Noch ein Teer. Ich guck mal hier. Ich guck mal hier mit dem Radio. Der ist ja gut. Ähm. Es ist gut. Die sind gut. Ich guck mal hier. Oh, dear. Oh, yeah, yeah. Okay, aber noch Stein. Okay, nehmen wir vielleicht mal gucken. Wer mitnehmen? Oh, fuck. Wer nimmt mit? Das auch. Das auch. Okay, jetzt geht was mal nach Stein. Wie geht man nach Stein? Ich habe gesagt, man muss zu Spitzhacker. Na, bekommt er sich in den Gang. Du kannst deine Kartus-Stahl mit ihm benutzen. Eine Gang. Ich bin zu viel im Rantum. Warte, 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 warte. Äh, um eine große Anzahl von Stein zu halten, bietet es sich an große Gestein. Das hat Swelfel. Das war das was er also dem einige steine aus kurzem stein was in den großen gestalt weg Hm, was ist das? Ein bestimmter Pilz. Wo liegen denn hier große Gesteinsbrocken? Eine Aufhebung. Uh, ist das ein Gesteinsbrocken? Okay, das ist ein großer Gesteinsbrocken. Oh, neues Gebiet. Mit einer Schlange. Vor allem Elfen. Okay, größer als ich dachte. Hallo Huhl. Gewechst. Wer ist das Huhn? In die Arme. Ja, Mann. Wollen wir noch Gesteine? Ich habe mich gerade irgendwie vergiftet. Ich hoffe, das hört auf einer Lehne auf. Frau Steine. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Das war die beste Frage. Hier nirgends Steine, ey. Oh, hallo. Ich bin hier weg. endlich. Wieso? Ich werde wieder mit거든요 aufholen von den Geus. ich werde mich nicht überprobieren. inum wenigstens gibt es ja phasen das boden gibt es ja nicht eine phase ihr könnt steile geben das hört aus wie felslandschaft oder ton ich habe ein ei über die bühne athletisch geht kein fisch genau hier und stein ist wir kommen noch ein stück bitte auch schneller losgeworden ich dachte okay warum muss ich denn die hotball legen okay dann können wir mal ein stoff kommen doch bestimmt baumränder erst etwas und ich gereicht oder was ja ich muss schon warten dass die ausgabe verlassen ok aber wieso ist das nicht so in der wasserquelle einfach die haben ja an punkte 10 punkte ok Prozent ob Kälte der Schmerkanz und Sandhaus Költe zu bringen Gekka nicht das Lagerverlöder mitnehmen was kann ich das abbauen ich dann ist wieder also sammle wasser knallenfrucht benutzer wasser wo war das hier wo sehe ich nun mal alle warum soll ich jetzt wieder eine fackel herstellen dass das ist halt ein bisschen dämlich ich habe ich habe zwei fackeln zu viele leute gehen würden aber schlafsack als fußball als an rutsche suchen wir uns mal einen hübschen platz wie geht können so nicht wahrer her aber bestimmt du musst mal schönes plätschen Nur die Farbe Hitler war da Ganz kurz Desktop Ja, gut Geht die Seite immer nicht? Meine Güte Wenn gut irgendwas angreift Das ist ein Geräusch Ach, da oben läuft jemand Oh, okay Warte, ich soll es jetzt nie angreifen Seh es im OBS Okay Kaufe Keine Frucht Achso, hier wächst die Wasserfrucht Die stark sind Die halten wir zu viel aus Uh, geht was zu essen Hoffe ich Warte, das Menü Ich gebe mir auch ein bisschen Wasser Sehr gut Was gibt'n der hier Ich würde gerne daheim Aber die sind definitiv zu stark Alles von der Bären Aber keine Bären Hallo Tschüssig Nelda, bitte Ruhe Warte ich mir vor uns Das grüne Heikraut Am Strand Was ist denn da noch schön Um zu wohnen Was sind wir jetzt Ganz oben in der Ecke Großes Fleisch Geben alle dasselbe Mal ins Wasser Nee Oh, schüttküri Hallo Wie geht's dir Na Gutti, lass mal Mal mit Schüttküri Äh Okay, jetzt haut's ab Okay, wir brauchen irgendwas zum Heilen Wo war das eh, ne Ah, nein, nein Ohne Graut Scheiße 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 ich vergiftet mit dem scheiß roten blatt mir tut mir leid lieber seestern aber ich brauche ich kriege leben dazu wenn ich gut genährt bin das heißt es wird nur ein lagerfeuer mehr als genug bauen wir mal hier hier rein das rein das rein so und ich versiebte das jetzt alles zu eben macht das das war so und ist ein schöner platz im baum oder hier ist relativ gerade ja das könnte mir gefallen hat das kollege wir müssen uns erst mal fernhalten kurz ich glaube wir brauchen schlafsack zum und sagt schon respawn setzen genau tapfer das wir brauchen auf jeden fall holz bretter deswegen geben wir holz sammeln aber kurz ein bisschen holz aus dem weg nicht nicht herstellen und holz bretter das ist sehr gut ist das einsatz legen blatt ok nur die achse die hand küle gegessen essen und trinken sind immer eigentlich gut dabei aber ich brauch irgendwas zum heilen geht ja relativ fix ok darf da ich fassung reisen bleiben dann gehen wir mal zu unserem essen mal schauen was aus wird jetzt holz alles oder nicht genau so geht das reicht so scheinbar asche und holzkohle bau eins essen in der axt löst sich gleich auf aber wir haben wir haben reden okay dann okay baumenü eine holzwanne wo es vielleicht ein bisschen gerade ist hier unten ist schön wieder erst verjagen so ah ok weißt du hast du wie doof machen wir das erstmal und da müsste ich eigentlich mal gucken wie über die liebe wehren weg den sechtern will ich eigentlich gar nicht tot machen ich baue das kurz zu ende und platzieren wo man schlafsack da unten die blöde krabbe muss weg auf jeden fall ich habe halt echt wenig leben das schluck sei halt einfach ein weiteres machen n kubel komm 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 aber die kopf kommen das Weder Zimmel. Hallo. Hä? Nein. Nicht alles. Oh, Stein. Kann ich was wegschmeißen? Weiß ich was weg? Wie schmeiß ich was weg? Das soll ich jedes Mal rauslegen? Was doof. 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 Okay, sorry lieber Seestern, aber das Spiel sagt, du musst weg. Ich kann ja nichts davon hören. Alles macht man seinen linken Tag. Das war jetzt richtig viel Heutzutage, mit dem armen Kollegen, der in einem Sammeln war. Okay. Okay. Wie? Ach, ich muss die Kissen daran haben. Ach, mein. Okay. Ach, bestimmt von den Kollegen, ne? Okay. Willkommen übrigens an alle, die sich einschalten. Seid herzlich willkommen auch, wie zu interagieren auf Grunddeutsch. Äh, das hier? Nee, warte mal, ne? Mach mir erst mal. Drei Kraut. Äh. Ich hoffe, wir brauchen eine Holzgiste. Auch nur erstmal. Also, eine, die kostet richtig viel Holz, ne? Richtig viel Holz. Also. Okay. Jetzt kommen wir erstmal, wie war. Ankleben. Liefst ihr dabei, deiner Basis zu schütteln, indem einem, die die, die die, die die waren, oder einsam, und der mir sind außerdem, denn, eine kurze, insgesamt erfordert ich 400, oder 100, wo 100. heute viele fasern die ganze höchste punkt werden geschlossen okay herstellen fackeln ist halt doof obwohl wir fackeln haben verlangt das spielt von uns fackeln herzustellen okay hier kommen ressourcen rein oder machen wir hier essen die blätter ich glaube die sind kein essen gleich erst mal rein tun die pilze deswegen ja auf jeden fall wird das heilkraut würde ich auch mal wieder reinpacken der 10 ist scheinbar max linken können wir hier mit reinpacken auch heilkraut oder gegengift besser gesagt packen wir hier mal konstruktionssachen rein also baumaterial und feiert hat eisen hat keine ähm phasen kein dann eisen hat ein ordentliche menge sogar tonen tun wir haben bestimmt nicht so viel finden äh holzbottom sei auch noch nicht ähm brauchen wir noch eine kiste aufgebaut kreuzkiste brauchen wir bestimmt noch zwei ähm die das ist alles gut oder die die nicht die 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 und immer Blödsinn machen dann nehme ich nehme ich mal die Scheine muss ja irgendwie von einem Item alles rausnehmen können oder? ah ok Steine wollte ich nämlich nicht hier haben aber das 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 hier wollte ich nämlich in die dritte Kiste wollte ich jetzt die Steine und das Holz einstellen das Holz ist schon wieder recht wenig geworden ok Konfigurieren, Öffnungen, Vereinigungen ok dann kommen wir kurz nach Technologie, wir bauen mal eine scheiß Fackel damit die Quest weitergeht was ist denn los? oh da will eine Fackel Fasern und Zweige Fasern und Zweige eine Fackel herstellen total überflüssig weil wir schon schon haben aber na gut äh jetzt gehen wir mal die Quest weiter äh ich wollte gerade eh lernen Technologie wir haben 83 Lernpunkte Land Claim falsche so tiefer kühlschlauen hier ist die Lampe hier ist die Lampe ja das kann man nicht haben hier ist die Werkbank hier kriegt man Metallwerkzeuge das ist ja gut guten Eisen Kupferstreitkolben hier können wir die ersten Wachen das ist sehr gut die Waffen ist sehr gut das gefällt mir ich will das auf jeden Fall noch und das auch ok dann gucken wir das ganze funktioniert äh hat irgendeiner was gesagt damit das Handy hier was macht? ok äh du 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 ich sag ja wie bauen wir eine Werkbank so die Werkbank ist bestimmt hier ne Industrie Werkbank jawohl auch Holz wollen wir die Kissen umbenennen? ok ne äh 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 Holz ja 50 Stück das passt kann ich das nicht irgendwie drehen? ok wo die mal da hin? machen wir die mal fertig? machen wir die mal fertig? äh machen wir diesen blöden Haufen hier weg ok äh wir müssen mal was essen und eigentlich und dann gleich mal hier und zack nicht aber nur einstecken null sondern nur einige er kann man nicht gleich beide nehmen äh eh hier war das eh eh in instant hoch also kann man einfach nehmen was er brauchen herzlich willkommen sich nochmal an alle die gerade einschalten würde mich freuen wenn du folgst oder einfach auch mitschreiben wie immer ähm mal das äh solltet hier mit rein sohn kann auch hier mit rein ok da auch jetzt nicht auf dem Fackeln hält wenn die unten über genutet haben mal hier rein packen so wir haben im quickslot nur eine etwa 5 die würde ich mal kurz auf tauschen ich auch mal dahin da dahin wir haben auch eine neue dann gleich mal aber noch zwei neue her ja werkzeuge 18 leute keine schreibt traurig war interagieren so äh eisener werkzeug mal gucken äh annehmen ganze und schutzheruner würde sicherlich zu deinem schnell zu führen sogar die einfache rüstung ist immer noch besser als nichts erforscht die fertige einfache stoffe rüste diese anschließend aus das machen wir definitiv klein fertig ein messer und töte ein lebewesen das ist immer eine tolle quest das haben wir sogar schon geschafft wie auch mal äh durchsuchen die wird aber auch schon gemacht hier geht das das ist definitiv ein bug in der in der quest davor dass wir sinnlos eine fackel gebaut haben und ich sehe gerade was wir mal weglegen können denn wir haben zwei von denen die müssen wir nicht rumschleppen ok ich will das nicht beschädigen von der interagieren ok wieso wer war da von einer rumgelaufen ich habe es gesehen äh eisenmesser dazu brauchen wir eisenbarn und holz ein 20 Holzbretter von Messer ein Messer will ich nicht so ok wie bauen wir den Schmelzofen aus irgendwo eine Menge ähm aber der ist auch gross sollten wir dann vileicht direkt mal anbauen oder wir können erstmal anbauen und wir bauen mal an äh dazu brauchen wir das Holz ne und da geht uns das Holz auch direkt schon aus äh top Das heißt, wir müssen... Oh, muss ich jetzt die Schildkröne umhauen? Oder was? Ist das doof? Ich will ja die Schildkröne nicht umhauen. Sorry Schildkröne, aber das Spiel sagt, du bist im Weg. Ich wollte nicht. Tierfett. Oh, okay. Die geben ohne eine andere Ressource. Das heißt, wir haben bestimmt nur die eine oder andere Schildkröne umhauen müssen. Wo habe ich das eigentlich gemacht? Holzverschwendung. So, ich... Das reicht erstmal. So, kann ich jetzt eine Tür in eine bestehende... Okay, nein. Das heißt, ich muss das abbauen? Kann ich das... irgendwie bestätigen? Also entfernen? Weiß das jemand? Kann ich das jetzt echt rauskloppen? Weil das dauert doch ewig. muss doch eine Wand wieder entfernt können. Und wenn da eine Waffe oder ein Werkzeug... rumlaufen. So, jetzt kann ich das ganze Holz und... Ganze Holz, das war schon fast mit dem Holz, ne? Oh, das ist echt mager. Okay. Ganz so viel kostet es nicht, ne? Ähm, das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. so, jetzt kann ich das mal... Ja, es ist klar. So, jetzt muss ich das Holz sammeln gehen. So, ich fülle Luca was ein. Okay. Okay, und wir müssen das kleine Essen machen. Und wir haben nur bisschen Fleisch, ne? Okay. dann machen wir uns mal an die bäume Axt müssen wir mit dem Sperr haben 5 Holz plus ok wir bauen uns echt ne Menge Holz war ne richtig unähmig abt 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 ich hab's nicht dabei das ist ein bisschen doof gelöst ok die leute schauen so in fast ein bisschen schwer begeistert wir dürfen mich auch schreiben immer für tipps offen stein mitnehmen der witte blöde krabbe märchen bobs der was wollen von games 22 und wem sind die eigens schon hatten ja dann wird das auto ok kenne ich nicht sagt mir zumindest nicht kann sein dass ich schon mal guckt hat dass wir viel viel holz ok dann habe ich habe ich noch nicht gekommen ich finde das eher gruselig die eigentlich abbauen in der hälfte es wäre auch blöd ja dann habe ich trotzdem nicht gesehen also mehr halt echt echt wirklich komisch im wälder zimmer weg das war freund das war kein blödsinn hier ach der baut hier unten da braucht doch jemand ok wenn ihm weder zimmer ist doch ihm ich bin aber nur noch das Zeug geklaut oder ab 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 auf ab lecher ab 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 wir haben jetzt vielleicht schon ein bisschen was mehr wo er kann er bei uns so nicht machen ja alles gut ja ich glaube das 2 kommt das auch gerade streamt also glaube zumindest wenn es noch spiel ich hatte es bloß gesehen ich hatte und schon mal gestreamt eine ganze weile und ich habe hier dieses dashboard wo dasteht wie viele leute das spiel gerade stream platz und so käse und auf einmal stand da wie 20.000 leute schauen dem spiel gerade zu ja das erklärt uns einiges das erklärt auch wieso ganz ganz viele leute hier zwischendurch reinkommen und ich habe ja normalerweise habe ich so drei vier fünf zuschauer je nachdem welches spiel und im moment sind 22 grad das liegt nur daran das schwankt ziemlich stark gesagt dass das liegt nur dann dass die leute halt kurz reinschauen die leute und jetzt 50 so wenig erst oder ewig sammeln wer jetzt steht gerade auch ja erwähnt dass ich ein paar case zum verschenken ich glaube ich habe es heute gar nicht im titel stehen der axt löst sich auf 36 steht ich hasse ich hasse spiele wo man heute sagen es dauert halt immer ewig ich will eigentlich messer und rüstung herstellen im knirps her ist das hier oben ist kann ich eigentlich ich habe noch eine ich habe die bäume herum und dann kommen aber fertig bauen es wird wütend den elfen wie soll man das verstehen so gut guck mal ja du kannst nicht schwimmen weg wir können auch nicht schwimmen es gibt aber das eier statt letztes mal fleisch gekriegt der gebäck angebens viel dank der holz ist ein tor fotos okay das weiß ich nicht handy was ist gerade diabolo ist so ein typisches survival spiel also auf die insel kommen also auch server in dem fall sammeln bauen machen ich glaube story technisch gibt es ja nicht also ich habe zumindest noch nichts entdeckt ist aber auch noch über die es ist also kann durchaus nur kommt am besten vielleicht einfach offen auf der steam seite mal schauen was die entwickler da so schreiben aber ansonsten halt ja auf pvp auf jeden fall im moment gibt es nur bloß pvp server soll aber auch wohl pvp kommen also bei der offiziellen zumindest die bei gewissen mit eickel zum hausse das was man wieso habe ich das eigentlich gehört ich immer kurz verraten gesehen habt dass das liebe abo von fangames gehört habe es nämlich nicht eigentlich müsste ich das hören aber das kann sein dass das wenn man wieder packen ist bei player me ab 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 ihr könnt und soll zeigen die volle und Nase das Nase verstehen ab der zu verzehnt vor okay wir haben und hat sogar noch heute übrig einiges haben sogar noch Holz äh so jetzt müssen wir gucken Industrie Melz Wurfplatzieren das große ja gut vergeben es ist ja nicht so schlimm es macht ja nicht hätte man immer draußen hinstellen oder ok ok hier muss er hin aber vielleicht hinter dem bogen verstecken wir brauchen zwei grundfasern müssten wir eigentlich noch haben erleben fähigkeiten entdeckt ok muss dann mal gucken wir haben lauter fähigkeiten das muss schäden wir können developer hey annabel ok das muss schäden wir körper vollbombs im pfp auf anwenden protection exilien jetzt am rufen ins park fix ist jetzt muss geht das schon auf hier auf und changes an übel protection future ok cool also auch entwickler schauen geradezu immer interessant so was finde ich persönlich auch immer wichtig weil gerade gerade jetzt wenn es so losgeht und wenn viele leute ein spiel nehmen gerade weil halt kommt man auch spielt lässt sich ja oft ablesen was die spieler gerne hätten das darf man ja vielleicht nicht ganz vergessen ich hätte mein lagerfeuer bauen das stelle ich aber hier oben war er muss ich gar nicht aufbauen wo haben wir denn ich habe das lagerfeuer hier oben oder sie vergessen athletik über das über das es aber nicht mehr drin okay ich dachte wir hätten dann auch zu essen dann müssen wir jetzt aber gucken dass das zu essen finden ja sehr schön warum wir davon und zweiten jahre ja so gut ist ich weiß nicht ob die ich gegenseitig stören ich probiere es jetzt noch mal mit der richtigen taste da ist war absicht ich wollte dass ein zwar darüber stellen okay das habe ich glaube ich habe ich habe irgendwie hat geht gedrückt und das hat so achtung das könnte jetzt kurz laut werden in das rocket programm angeht der tastatur und quatsch irgendwas und scheiße rocke der dem schaden ich glaube wegen hunger wir haben das auch ein kollege gibt sogar klein wasser und immer aber kein wasser gibt giftigen mutter mit ziffern wenn es meine ist denn es meine ist wenn die dinger hier bei twitch doch ich habe nur die ok ich kann das leider nicht sehen ich habe anderes chatfenster drüber ich sehe aber nicht von wem das ist habe ich habe ich irgendwas zum kochen okay jetzt sind ein von beiden gerrit oder ranz hatte also schaue ich persönlich echt gerne gerade gerrit sein gta roleplay als smoker ich habe nichts und machen nur die er wird über die ressourcen heraus das baum und drüben alles da habe ich noch kein gefunden muss so wirklich gerne zugeschaut hat bis jetzt wir brauchen bestimmt erst mal wir können so alles rein holen ach das jetzt einfach mal mal gucken was da rauskommt äh aufbewahren wir bauen hier klein mal eine holzkiste wir bauen bestimmt zwei jetzt haben wir noch eine menge gibt es denn da einen der du empfehlen kannst bauen level 2 okay wir dürften einen haufen lernpunkte haben okay eisenbahn so jetzt gucken wir mal an die werkbank ne ist halt doof ich brauche hier ne tür ja ich guck meistens schon also so zwar in richtung hardcore roleplay also schon ernst aber meistens schon schon lustig also eben so wie gerrit mit smoker was halt einfach teilweise völlig daneben ist das ist mit dem aus ein paar pilzen was machen das sind die pürze steinpeln ok eiserner werkzeugkopf braucht 20 holz 5 1 anbauen wir gucken mal bei und bei den Lehrpunkt die ach da war ein eisernen Werkzeug auf der Karte die 15 bauen das Torbinator holt ihn euch ich glaube jemand hat gerade Kronk oder Tobi getötet wie kann das sein oh das ist aber lange in der Zeit können wir in Landverbrauch Felddampf das Werk von Brottenland ich würde aber lieber wie die Rüstung machen oh die sind ja mal schick aus noch eine Jacke auf Rüstung Holzrüstung ich würde gleich auf die Holzrüstung gehen oder dazu brauchen wir aber bestimmt Klebstoff dazu braucht nur ein Brustpanzer ich weiß nicht ob wir die schon herstellen können oder wir dann da mehr brauchen ich lerne das mal ich versuche mal hier drauf zu gehen kochen kochen die Brottenfleisch Salz Spiegeleier Zubereitungstisch Zubereitungstisch die haben wir auch mal Pflanzliches Heilmittel Zubereitung Zubereitungstisch ok das ist der ich dachte wir brauchen so einen anderen Tisch wäre doof ok Raum 2 die kann man da gar nicht reingucken die brauchen wir nicht lernen muss ich mal reingucken ich gucke ich gucke bei Gerrit zum Beispiel auch meistens die 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 Videos auf YouTube wenn ich immer keine keine Zeit habe oder auf Arbeit bin wenn er streamt aber er lädt halt auch ja dann sind drei Stunden am Stück hoch einfach oh das dauert aber lange hier immer in der Weile Rüstungswerk auch ein Kupferbarn und Holz lass mal kann man den Kupfer mal vorschieben putz jetzt mal ein Kupferbarn kriegen bitte wir sind schon bei 41 ich bin ach so ein bisschen schwer begeistert heute aber ich glaube das ist alles nur von mir seid ihr alle nur hier weil er gucken wollt ob jemand Konk stream snipet ok mit könnte auch cool sein ja da muss er fehlen mal mal reingucken hat er jetzt in Kupferbarn gemacht in den Eisenbahn an der Sankt fertig oh Marino immer wieder Eisen mit einem Haus mach ein Kupferbarn ich muss das extra drücken das ist ja doof im sand daraus noch bestimmt glas wir müssen trinken ja können wir feiern vorstellen da ist okay von dem ding auch bestimmt machen es kommt alt drücken nicht alt sein okay ein kofferbahn wir können eine rüstungsmerkbank bauen insgesamt erzählen ja sowas kenne ich leider unser haus ist da bin ich zu klein in der zeit könnten wir mal nach wenn man das baut flasche mit wasser in flasche den könnte ich hatte ich mal den land nehmen was ist das andere sandcreme hier nach unten bestimmt oder land thema hier ist was aber hier muss ich lernen mit der die 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 Okay, jetzt kommen wir mal nach die Bahn, dann haben wir schon 10 Stück, hier, oooohh. Ich will da noch ein Messer bauen, so bau ich überhaupt das Messer. Wir haben ein Werkwerk, wir haben ein Werkwerk. Nee, dazu muss ich den Koffer bauen. Ach, dazu brauche ich 15 von den anderen. Ja, die in den zweiten Ofen bauen? Ja, koste... Wie reiße ich das ab? Gar nicht, scheinbar. Okay. Okay, dann wollen wir einfach warten. Ich will nicht warten. Nein! Okay. Ich will so zeigen, dann geht die Scheiße. Okay, wir brauchen Holz. Das ist noch ziemlich gesund, d.h. wir können den Koffer auf den Maul hauen. Nö, jetzt haust du die Art oder was? Das ist wo. Wenn man kriegt... AUSCH! Das ist wie groß bauen die Kollegen hier. Ja. Sonst nichts zu tun oder so? Sonst nichts zu tun oder so? Ja, wie kann man da eine Wand wieder abbauen? Das ist eine gute Frage. Ich nehme mal mit. So wie spannend schon wieder. Was? Ich habe mich seriös, was da abgeht. Äh... Ich weiß, ich wollte Holz sammeln, aber... Wir haben jetzt die 10. Das heißt, wir können nämlich... Wie breche ich das ab? Ah, so kann ich es ändern. Okay. Äh... Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Äh... 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 Ach... Meine Güte. Wenn man die blöden Koffer in die Hand nehmen muss. und hier und mach schnell holz holz aber eigentlich müsste ich doch sie müsste mal wieder ein mal wieder ein kupfer ein 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 brennholz wenn man endlich genug haben dann sehen wir nämlich was die rüstung kostet was wir brauchen brenn halt für dich hier rein nein, diesmal drücke ich zuerst die neuen so, interagieren ok, dann wollen wir schauen feld zu ner rüstung geflochten heilen braucht pelz klebstoff ok, wie stellen wir klebstoff her stoffwerkbank ja mal die stoffrüstung erstmal ich glaube wir kriegen den rest nämlich nicht so einfach wie ich das gehofft hatte so, wo ist jetzt hier wird nur ausgarn garn garn machen wir an der werkbank ne ok, ich kann das auch hier herstellen Kupfer-Streitkolben Kupfer-Streitkolben der wird aus Kupfer gemacht na klar ist der Kupfer-Streitkolben ne so war jetzt nicht ganz soo mega garn wir brauchen 15 30 50 alles alles mittlerweile fülle ich mein Gerät wieder auf Ja, 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 ja. Wir können das schon mal herstellen, das schon mal herstellen, und das schon mal herstellen. So. Jetzt kleben die Finger von dem Scheiße. Das ziehen wir 100 pro Jahr an. Was ist das für ein Slot hier? Wir können das Zeißen machen. Jetzt geht der Turm wieder, Villa PC Go, herzlich willkommen, aber sie ist da drüben nicht. Leute, wir sind gerade 40 Leute, was geht bei euch ab? Hier nichts besseres zu tun? Nein? Also, nachts um elf, einen dicken Jungen vom PC zu gucken. Das ist nicht gut. Klar, ne? Okay. Noch mal vielen, vielen Dank. Äh, ich hoffe, gern was machen wollte. Mit mich ganz auseinander. Ich wollte was kochen. Wir haben schon was gekocht. Warum? Warum? Warum hat er aufgehört mit kochen? Ach, war kein Holz mehr drin? Ich gehe schnell holen, dann komme ich noch ein bisschen was. Wir trinken kurz ein bisschen Wasser. Wir reparieren das mal. Irgendein Idiot hat er mit der Axt drauf gehauen, ne? Jetzt steht zwar. Noch mal vielen Dank. Äh, Willow PC Go. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jeden. Ich kann da wirklich sicher sein. So, wir holen uns ein bisschen noch. Oh, Baumstern? Äh, ne? Äh? 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 Lass uns ein bisschen hin. Aber hins ich ein bisschen helfen, hier? Daher müssen wir auch wasser, wasser wäre oder wie immer das Ding hier ist? Sie holen uns eins auch klar. Wie schnell holen wir vor einer von den anderen zwei! Hä? Hab hoch! Dass sich das Ding schnappt! ausbauen hier lebo das Das ist ein Blatter. So, wir können das mal selber herstellen, ne? Oder die Kupferstreiter. Kupfer, Kupfer, wie auch immer. Auch mit. Ich bin mir sicher, wir brauchen so viele Fasern gar nicht, aber das ist nur, haben wir am Anfang keine gefunden haben, ist das jetzt so. Kiem Rim! geht nicht ich bin ich gehe die die augenbau aber dass er gar nicht der frau wir haben 15 km da die die achsen die ganze zeug geklaut auch dann direkt auf die 1 werkzeugkoffer die 15 für von meinem wasser weg du einmal kleiner pisser das gesehen wird der tod ist ein kleiner drecksack kleiner drecksack nein da So, komm mal ran auf den Meter, Kollege. So, jetzt können wir uns mal ein kleines Gegnerlein suchen. Den Wolf ja. Hoffen wir können es jetzt mit dem Wolf aufnehmen. Sagen wir mal so. Brauchen wir mal eine Sprintenergie. Müsste hier irgendwo rumlatschen. Da ist er. Hey, Kollege. Sehr gut. Er gibt Knochen und Pelz. Wir brauchen Wölfe für die gute Rüstung. Mal gucken, ob das Messer... Wie viel? Ein Seestern? Okay, drei Viertel. Mal gucken, wie viel das Messer dann macht. Na? Was ist los, Junge? Hä? Die Echsenfischer ohne Knarre. Hat jemand geschwiegen. Ich bin. Okay. Habe ich jetzt gedrückt? Weiß er nicht. Was ist das? So, Rüstungswerk. Okay, da brauchen wir noch nichts machen. Aber... Aber... Ja, tack. Dann das da rein. Die da rein. ... Dann haben wir noch... ...und ich glaube, wir sind Platz. Und die Pelze lassen auf jeden Fall, wenn ich noch ein Hoch... Dann gehen wir mal gucken, dass wir noch mehr Pelz finden. Naturkautschub Den Zubereitungstisch müsste man noch bauen Das ist nur Holz Easy Können wir den Knopf drücken? Das ist wirklich easy Hä? Kein Holz mehr Soviel zum Thema Easy Nix mit Easy Wir machen so kleine Metallwerkzeuge Bevor wir los machen Wir machen äh Metallwerkzeuge Bisschen essen Und dann gehen wir mal gucken Das war Was finden Wir brauchen neue Erze Und Was kann Eigentlich Bäume Bisschen Bisschen Braut Kann eins nehmen Ähm Eigensatzling Da Bisschen 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 Quatsch version Ö Spont können können wir dann eigentlich mal ein Key raushauen, muss ich nur mal gucken, welches ich gerade da hab improvisierte Feltration Rauch Kochsalz gebratene Pülze erkohltes Fleisch 20 Heimittel Baumrinde, Rohrspülz oh, den Pülze anfeuer und du kommst mal her so, dann brauchen wir Baumrinde die liegt hier mal rum, ne journalistisch aber das gefällt, was sie hier machen zwei Erze das gibt Kupfer eigentlich suche ich eine Baumrinde so ein Heiltrank herzu so ein Heiltrank herzu dann brauchen wir die nicht unbedingt das ach, ich hab' aufgehauen du kommst her du kommst her okay, war das was wert? ich hab' nur von nüchtern aber ich steh'n weil Pelz wir brauchen Pelz da gibt's Fleisch oh ja guuuuut guuuuut bauchscham perfekt ich muss mich irgendwie heilen immer zurück verlieren nämlich Leben kann ich da liegen, weil wir so viel Hunger haben okay, wir verlieren zumindest erstmal keine ich hab' die Baumrinde jetzt mitgenommen scheiße das ist doch nicht so, mein Feuer, hau ab ja, Dreckzack so, bestimmt heute auch alle die Holz sind wir da da kommen wir noch Fleisch rein Steinpilze wo, da haben wir echt viel jetzt schon Rostpilze brauchen wir was machst du da? zwei Arzt haben wir alles äh, okay jetzt einige äh, gib mal den nein, ich hab' die Baumrinde vergessen das geht dann erstmal einfach so jetzt ja dann dürften wir jetzt ja langsam hochheilen und müssten jetzt eigentlich auch wieder zum Retter echt Retter fehlen uns der Baum der Baum das macht echt Sinn einen zweiten Ofen zu bauen also einen Schmelzofen das dauert wirklich lange ja, 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 ja ja, 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 ja ja, ja, ja da hat er da hat er da hat er auch kaputt jetzt mehr ja Jawoll weg was wird noch alt wird heil was von uns genommen immer schon eine gute rüstung herstellen was Wir könnten vielleicht einen Brustpanzer hätten. Klebstoff. Brauchen wir noch einen Klebstoff. Wefel, Pulver, Knochen, okay, das machen wir jetzt alles noch nicht. Guck mal, hier sind noch Rostpilze, hier haben wir noch das, rotes Kraut, guck mal, da wird das auch dafür benutzen, packe ich das mal hier rein, verlobtes Essen was. Was? Oh, ich soll fangen an, da kann ich sagen. Alt plus Rechts. Ups. Ah, gut zu wissen. Was war schnell das? Besser noch mal aufpassen hier. Ach, weil das Zeug vergangen war wahrscheinlich schon. Äh, kacke. Okay, wir räumen mal kurz aus, wenn der ja am Kotzen ist. noch in den Ofen packen. Sollte. Leder kommen drüben rein, die packe ich trotzdem hier hin. Die kommt drüben rein. Ja. Das da rein. Das da rein was. Okay, dann kommt der Stein, die Fasern, das wird alles hier. Okay. Aber wieso heiß denn nicht? Eigentlich geht's uns doch gut, bis auf das was, bis auf kurz übel ist. Passiert. So. Dann muss ich ja noch ein besseres Werkzeug, das ist gut. Da kommt noch nicht. Soll ich dann noch rüber. Den Setzmarkleid raus. Ah, wie lange sind wir noch kurz über... Ja, geht ja. Es geht ja. Ähh. das messer man den stahl jetzt einstecken das messer braucht noch ein bisschen holz mehr hut ich weiß nicht was mit dem wolf aufnehmen sollten wir haben gerade nicht viele leben der baummeer ne bäume umgehauen ok so viel braucht man ach man kann ja ist mir erst genug probieren ich weiß nicht weit wenn wir sterben und gab auch pelz und knochen und wir bluten scheiße aber wir haben dann noch vier prozent für Befeindleitung aber der scheiße auch fack ich wollte gerade schnell die Lootpunkte noch verbrauchen äh Lootpunkte sage ich es dir Lebenspunkte und 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 äh ähm was jetzt äh äh ähm ähm Ja, das ist ja cool. Okay, das, das, das. Ja, aber die Lärmpunktermalt. Ja. Äh. Äh. Hm, ich hol das Fleisch da rein. Ich hab grad schon wieder. Äh. Ich hab nur unbedingt die Hotkeys. Äh. So, ein Messer herrscht. Okay, dann. Äh, so eine Spitzacke würde ich ganz gerne 15 kosten. Achse. 15. Also wenig Pulsen. Können doch mehr, oder? Können doch mehr, oder? Wollte sich vielleicht nur die machen erst mal. Nee, aber das. Guck an. Wir haben doch gut. Boah, leck. Guck an. Ja, was gehen die alle bei mir trinken? Sind die doof, oder war das? Ich stehe allein im Auge drum. Ja. Ja. So, die pander, ja. Nee, 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 nee. Den nächste her drinken kommt, der geht auf die Mütze. Und zwar. So. Ach, das sind Knollen macht man. Aber wie mache ich die Flasche aus? Oh, klar. Okay, dann ist das gar nicht so kompliziert, ne? Äh, wir wollen die auf jeden Fall herstellen. Oh, will ich noch was aus Metall machen? Die Spitzachs brauche ich nicht unbedingt. Ich habe noch drei gute. Äh, die Fackel tun wir mal auf. Nur aussortieren, dann können wir uns eigentlich noch einen Weg machen. Weil ich die ganze Zeit noch rüber schaffen muss. Weiß hier der Pelz drin? Ja. Das gehört mit zum Pelz. Doch, das war ja schon. Leder ja auch, mehr oder weniger. Hier fett ist eine Nahrung. Wir laufen hier rein. Das Holz rein. Blätter auch von mir aus. Eisen und das andere schlafe ich rüber. Und dann gehen wir uns mal bei oben gucken, wa? Äh, die Heilkräuter bräuchte ich halt, ne? Mal alles verbrauchte. Das ist doof. Ah, ich geh noch bei Bäumen und gleich. Was der Ofen gut voll ist. Das muss leider sein. Äh, komm her. Wachs nicht, ich geh mal hier lang. Und dann ist er alles weg. Und dann ist er. Und dann ist er. Und dann ist er. Und dann ist er. Und dann ist er... Und dann ist er angekommen, oder? Ja. Das ist echt hart, oder? Und dann ist er. Auweia. Auweia, ey. Leute gibt's, ne? Aktuell neunzehn sind wir gerade. Wie stolz war ich, ja, 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 Gegensatz kaputt, äh, komm. Je besser es schneller geht vielleicht, aber nicht, oder? Hm. Hm. infos geben ja hallo was ich die dauer wir sagen holz mein so breit da würde mich riesig freuen wenn ein follow da lasst oder einfach auch gerne mal ein paar tippen wo hingehen sollen auch wenn ich am stream was stört konstruktive kritik immer erwünscht ich weiß ich darf aus dem bild gehen aber ne mach ich dann essen und trinken ist gerade ganz gut wir heilen auch gerade so das heißt wir gucken mal hier müssen wir noch was reinschmeißen nein am drüben das holz rein aber auch nötig baumrinde die muss drüben da kann ich auch das da wieder rüberschaffen wo ab und auf einem wasser zu saufen kann ja holz rein holz auch nur für ich muss es schon hier was bitte die könnten wir doch machen nehmen wir das zu essen mit ich würde jetzt immer noch in der tasche sagen wir mich hier mit verarschen das packt einer zurück ich schwöre mal jetzt müssen wir drüben kochen wir müssen hier die kiste hinstellen aber egal Okay, ich müsste wissen, wie stark das Messer ist. Ist der Wolf da? Komm, Wolf. Der Wolf scheint gerade nicht da zu sein. Gut, wir warten bis das Essen fertig ist. Dann gehen wir mal auf den Kuchen, ne? Vielleicht auch ein neuer Arztesamt. Ich habe mit so viel, da kann man muss ich zwar in der Eisen spitzer gerne mitnehmen, ne? Dann machen wir mal. Äh, Eisen spitzer. Pie zacke. Wie das Holz, ne? Ja, Mann, nicht nur für Holz. Oh, weil es ja keine Bäume gibt. Was am Baum. Ich habe mal was reingepackt. Alles rausgenommen. Nein, der Exsäcke. Alles der Exsäcke. Das Kuchen geht so weiter. Ja. aber sonderling erst den stein sein stein messer herstellen ein eisenmesser liebes spiel dann ist das schon reichen mein weg herstellen 20 oder so aber trinken bevor schon wieder einer bedient materialien wegschaffen jetzt wird er sich auch hier und das kommt und sonstigen die an sich gleich über rausgehen ich schaffte jetzt die externe so gut aber ja gut meine zeichnung ist dabei hatte doch erst gemacht ok worüber denn hin normalquelle lithium vorkommen damit genau da oben war kommen wir gehen und vielleicht begegnen uns auch spieler den wir nicht mögen ja nicht das heißt dass alle gucken hey hat er viel oh war du 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 Das ist ein bisschen Pudding Kollege, okay, da ist jemand Pudding. Das Ding hat uns vergiftet, ist er bei dafür oder nicht? Äh, jetzt wollte ich eigentlich eine grüne Fackel. Das war jetzt nicht so cool, das war jetzt dämlich, ne? Wir sollten vielleicht erstmal weiter forschen, bessere Rüstung, besser Waffen. Wo ist Beide noch? Das müsste irgendwo sein, oder? Ach, Wolf, hau ab! Ach, Wolf, komm mit! Ach, Scheiße! Kletik läuft hier, yeah! Blut! Das ist total im Eimer! Oh, hier kann man das ändern, egal jetzt. Äh, ich wollte sagen, wir gehen erstmal zurück. Wir haben jetzt keine Fähigkeitspunkte mehr, ne? Wir bräuchten halt. Wir haben jetzt eine Fähigkeitspunkte. Wir haben jetzt eine Fähigkeitspunkte. Okay, wir können mal probieren, das dahin zu kommen. Wir brauchen aber definitiv das Fell, ne? Den Pelz. Deswegen müssen wir uns leider nochmal mit dem Wolf anbieten. Wichtig ist. Das conversations produzieren, aber ich glaube, wir müssen einzelne raus. Wir brauchen den magnesium. Beipelz, sehr gut. Ich muss ein Steinmesser herstellen, damit ich die Sequest erfahre. Das ist eine kleine Seite. Eine. Kupfer. Kulupfer. Das Tod. So, der Nützel so. Okay, jetzt nur noch schnell zurück. Kupfer eingehen. Kupfer. 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 essen müssen ach warum mache ich das schon wieder ai 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 bin ich doof So, soll er hingucken, was er macht, ne? Du gibst kein Fleisch, ne? Oh, arme Schildkröte! Jaktfähigkeitspfecht! Ah, nice! Was? Schildkröte nützt uns nicht, also machen wir das auch nicht. Nicht sinnlos. Ah, also ich getauschen, so blöd. Okay, überladen wir den Teichmarrings rum. Ne, Wolf nicht. Okay, wir haben gleich eine Menge Fleisch auf jeden Fall. Oh, ne, ne, ne. Im Bock jetzt vergiftet zu werden. Was machen die da? Was machen die für eine Hex? Oh, hallo, Wolf! Ich kümmere mich gleich. Gut, dass es ja Wolfsborn gibt, aber warum steht er vor unserer Tür? Steh dich, Kollege. Na, der Drecksack. Da gibt es auf jeden Fall gleich eine Menge Fleisch. Wir haben zwischen sechs Pelz, ne? Und zehn Knochen. Und auch Leder. Ich glaube, drüben in der Kiste ist nur Leder, ne? Gifte haben wir auch immer. Oh, Waffenwerkbank. Zwei Eisen, zwei Kupfer. Zehn, zwanzig. Weiß ich, so viel Kupfer haben wir glaube ich nicht mehr, ne? Das Auto ist aus, wieso? Okay, es ist auch Kupfer jetzt, sehr gut. Ich glaube Eisen haben wir dann genug. Und noch. Äh, hm, hm. Juh, du, 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 du. Du, 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 Steineleisen, eigene Kupfer. Und jetzt den Gees gejagt hat. Ist aber nicht nett. Was bringt mir Level 4 von der Holzfaderei? Ah, bloß 8%. Cool. Und immerhin, 8% sind 8%. Wie ist das? Oh mein Gott. da muss auch mal sein ja jetzt bei den los bei den leuten so lange spieler weil ich wollte das ganze nämlich noch heute aber die datei ist aktuell 17 groß durfte relativ gehen einlesen sie übernacht erinnern dann und den bogen raushauen was cool wäre jeden fall weiterspielen und heilen wir so langsam wir brauchen unbedingt heilkraut weil das eine tricks schlange setztinger gebaut schon wollte ich nie und die acht noch so gepflanzt kann man kriegt bei weiten nicht so viel gesetzlinge wie man öfter baut lande mit zwei p plus 10 ok cool das ist richtig gut da müsste die app schneller verbrauchen also nicht so lange warten so sammeln so kommen her getroffen plus zwei gibt das wird noch ein bisschen heute sollen so viel zu viel geholt augen ist gut ein und auch kein platz und daraus da ist das heißt hier hätten erst mal schön was ja der offen ist aus wieso gar nichts mehr drin jetzt ok wir wollten mit dem holz eine waffe bauen wir brauchen ein brett dran ok wir brauchen wir brauchen Okay. Ach, den macht er erst danach, die Kissen ist Wotter die ganze Zeit. Aber ich mach definitiv nicht mehr lange, vielleicht nur 15 Minuten. Wollt' ich mal trinken? Trinken! Ja. 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 So. Ja. 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 das ist ein bisschen doof ich glaube ich hätte den anderen gerade gar nicht bauen müssen scheiße richtig nervig und nicht gesagt und gerade von denen zu operieren in der hand haben muss ok da versteht noch okay dies pulver holzkohle an die draht um alles ein bisschen haben und holzkohle haben eine menge kann um die draht walz Das war ein Retter übrigens. Hatten wir doch... Weitens Schwefel hatten wir doch auf jeden Fall. Safe hatten wir Schwefel. Klar, ich kann das jetzt nicht so schwer für das Feuer werden. Wird er das so verbrauchen? Ach man braucht die Asche auch da. Kleine Schwefel in Pulverform. Nur einmal Salz. Auch ein Heilkraut und so ein Blödsinn. Und so ein Blödsinn. Ja. Und so ein Blödsinn. Soll ich die Klamotten reparieren? Soll ich die Klamotten reparieren? Soll ich die Klamotten reparieren? Oh. Füllt der gar nicht auf? Ach so. Lul. Hm. Waffenwerkwand. Waffenwerkwand. Wie reparier ich die Kleidung? Waffenwerkwand. Ja. Waffenwerkwand. Waffenwerkwand. Hallo. Okay. Ich schau mal hier rein. Okay. Garn braucht nur dafür. 45 Stück, ne? So war das. Ach, ich erinnere mich. Okay. So, ich dachte ich wäre bloß nur 52. Okay. Okay. Machen wir da weiter Rohklaas. Hauptsache, dann macht er immer was. Dafür brauchen wir halt immer Klebstoffen. Wie kann man denn Klebstoffen? Das heißt, wir machen uns mal auf die Suche nach Schwefelpulver und Wasser. Also, Schwefelpulver vor allen Dingen. So, ich muss auch noch mal nachgucken und was er noch ist. Ähm, wir gehen mal vor unsere Punkte aus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. der Wollaukau hin wenn hier am Fluss vorbei einfach mal nach unten komm wir gehen einfach mal nach unten macht halt so ultra viel damage warum unbedingt heilkaut müssen wir was finden für heilkaut bitte ist doch bescheid heilkaut braucht man mann wir haben so ewig nach Fasern gesucht jetzt finden wir sie ja am Stück das ist schon sehr doof ne heilkaut 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 mann ich habe schon angefangen Heilkaut ich habe schon angefangen haf live zu spielen wenn sonst nichts zu tun hat ähhhhh halb 1 nach der reise gehe ich aber ins wett leute damit er da ein bisschen Zeit wird verrückt die kommen im Messer ich bin sterben, was sind wir vor dem Ding eine Angriff war das ist auch zu hoch scheiß heilkräuter scheiß Fasern jünger Kräuter das ist ein Wolf wo kam denn Heilkräuter raus ich bin da wo ich bin die 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 Kollegen die da mitbauen, die rennen ja die ganze wegen Holz weil die so groß bauen da haben wir natürlich die Kräuter alles da vor uns unterwegs waren haben wir ja auch genug gefunden ach das war so dumm woher wie sind los in der Nähe von meinem Tod nicht irgendwo am Arsch der Welt einfach nach unten ne ach da ist sogar markiert ok das ist cool ich gehe die jetzt holen dann gehen wir zurück und dann machen wir Schluss ich sage ich spiel morgen aber auf jeden fall weit war absolut safe weil macht echt Laune ich bin ja eigentlich trotzdem nach Kräutern ausschalten ne ob er genau so scheiß lohntet wir bauen schon einer aus Stein oder ne jetzt sind wir da schon mal vorbei gekommen oder ein ganzes Stück ich bin ja ich bin ja ich bin rate und ich bin Ok Man findet schon eine Menge Heilkräuter Müsste hier irgendwo gewesen sein Ich habe den Wolf ja im Gebüsch lassen Obaut da liegt es doch Was ist denn der Kollege von Radius? Jetzt brauchst du auch nicht mehr weg können Wir haben nur eine große Mahlzeit Die kann man zeigen Ok bringt jetzt aber nicht so viel Hat sich ja direkt neben so einem Raum gesetzt Natürlich nicht verkehrt Ja Ok 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 der kleine dreck sagt drei knarre rausgeholt habt ihr gesehen nicht in der nähe wo ist denn das in der nähe das in der nähe Das war's für heute. Auf den Turm. Facken weg. So. 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 ich hätte erst trinken sollen okay wir wollen uns das loot in der marke gar nicht so weit wir müssen da oben sogar besser aber die coole ecke ja ja komm man lauf doch pack pack Nein, das ist jetzt der erste Statut von gerade, oder? Okay, ich muss auf jeden Fall weiter hoch, weil hier so, ah, guck mal, ah, da ist noch noch eins, ah, guck mal. Sollte man vielleicht schon eine Heilkraut ausschalten? Sollte man vielleicht auch noch eine Heilkraut ausschalten, oder? Sollte man vielleicht auch noch eine Heilkraut ausschalten? Sollte man vielleicht nicht, oder? Westen 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 Oh, komm herr! der geschützt hat null der hat echt doof die spitze wir machen es mal wieder auf dem weg nach oben oh Aprende Bire. Ares ist relativ gut mit dem Leben. Die sind aber schnell, ne? Die musst du, glaube ich, wirklich sprinten. Wir haben so viel Leben, jetzt können wir nochmal Felz mitnehmen. Okay, wir brauchen definitiv bessere Rüstung. Lohesgewinnigkeit bringt jetzt nicht so viel. So groß ist die Map nicht, ne? Wildschwein. Wildschwein. Ab nach Hause, wenn nicht nochmal sterben. Verlieren die mich auch gerade wieder Leben, ne? Ich kriege durch den Wolf. Der Wolf eigentlich besser war das, die schlagen jetzt nämlich schneller. Scheiße, ich fall gleich wieder tot um. Schon wieder Leben verlieren. Wir sind fast da. Okay, morgen kümmern wir uns auf jeden Fall um Rüstung und Waffen. Mal gucken, wie man, wie man die Strukturen zerstört. Damit wir uns eine Tür bauen können. Ja, 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 ja. Guck, ich will nicht als Abschluss hier noch was mitnehmen. Ein bisschen Kupfer. Die sind fertig. Die schnappe ich mir. Das sind meine. Das sind meine. Das mache ich noch. Ich brauche schnell was zuerst mal ein. Nein sogar noch. Du blöder Vogel. Ich habe wieder Hunger. Das ist ja nicht wahr. Jaaaahhhhhh. Gross Pils? Gross Pils! Den machen wir so, dass du zu Dings brauchst. Da haben wir 20, wird was ausprobieren, den haben wir noch, schau, 50 Ei gefunden, das ist ja mal nicht schlecht. Ich würde gerne Brechtang machen, ich würde gerne wissen, ob man dann die Flaschen, auch voll, das ist sehr cool. Komm mal nicht. So, unsere Bäume noch fällen. Und das ist dann jemand anderes, der schnappt und dann machen wir Schluss. Dann wirklich Schluss. Da ist dann auch bei 23, das heißt, es dauert dann noch ein paar Minuten zum Einlesen und dann... Das wird ja morgen direkt. Ich muss einfach mal gucken, wenn man mal ändert, müsste jetzt so schnell sein, dass ich bin. Das ist eigentlich direkt auf dem FTP Remark. Okay. 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 Und dann können wir eigentlich Schluss machen. mal rein im Wasser, ihr Penner. Ja. Ja. Okay. Okay. Wir warten auf die letzte Flasche. Okay. Okay. So, liebe Leute. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für jeden Follow, der da gelassen habt. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns morgen wieder. Ja. Ich denke mal ganz stark, morgen ist Samstag. Ja. Ich denke mal schon. Also. Hau da rein. Ich mache Schluss. Ich schiege euch ins Auto und sage vielen, vielen Dank fürs Zubauen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank einfach komplett. Hau da rein. Und. Hm. Das Auto hängt natürlich. Soll ich gehen? Ja. Schauen wir mal. Ich denke, ich höre etwas. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, oh. There's another one. You're stranded on a desolate planet. There is no escape. You must survive. Look around. Gather items and resources. Use them to craft tools and equipment. Build your shelter. Grow crops to sustain yourself. Join other survivors. You'll have better chances by sticking together. Make a new home for yourself and your friends. Every action increases your skills. Spend your experience wisely to learn new technologies. And craft better equipment. Fight alongside other survivors. Or against them and take their riches. Discover the mysteries of forgotten civilizations. If you dare. We got this. Oh, yeah. Ooh, two more. Got them. That's all of them. Nice job. Got them. Yeah, straight up. What's going on? We have to! We have to! We have to! Untertitelung des ZDF, 2020